Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch, seit letzten Mittwoch gibt es diese neuen Dschungeljäger Aufträge, wobei drei Stück davon sind schon eine Woche älter und wir müssen, damit wir diese oberen Aufträge alle erledigen können, einmalig den Predator besiegen. Er befindet sich ja in Stealthy Stronghold. Sobald wir ihn besiegt haben, haben wir diesen Skin und mit diesem Skin müssen wir dann die anderen Aufträge hier erledigen. Ich hoffe, dass das einfach klappt. Sobald wir den Skin erspielt haben, müssen wir Schaden verursachen, wenn wir als Predator die Infrarotsicht aktiviert haben, müssen 30 Sekunden in einem 10 Meter Umkreis eines Spielers sein, eine Kopfgeldjagd abschließen und in Hunter 7 als Predator das Apartment des Predators oder Predators besuchen. Dann wäre diese komplette Challenge fertig. kann man nämlich einfordern und ausrüsten. Moment, wo ist das Viech? Wo ist mein Viech? Mein Viechiges Viech? Ja, Predator habe ich. So, den muss ich als Gegenstände bekommen. Und dann habe ich noch etwas anderes gekriegt. Ach, so einen Tanz habe ich noch gekriegt. Wahrscheinlich, weil ich im Battlepass aufgestiegen bin. Bis gleich. So, das hier ist also das Apartment des Predators, was hier ziemlich arg zerstört ist. Sehr gut, haben wir auch gefunden. Weiter geht's. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.